Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kanalverstellung, heute auf dem Kanal von FabiTV, 53 Abonnenten, 1.276 Aufrufe und seit dem 12.12.2015 mit dabei, also auch erst seit einem Monat oder seit fast zwei Monaten würde ich mal sagen. Ich glaube die letzten zwei oder drei Kanäle hatten wir auch so in dem Zeitraum, also die wurden auch so in dem Zeitraum gedreht, so um Dezember, November rum. Junge, frische Kanäle braucht das YouTube-Land, will ich jetzt einfach mal spontan rausgeben als Werbespruch. Naja, wir gucken mal in die Beschreibung rein. Hey, wenn du neu auf dem Kanal bist, erstmal hi. Ich bin FabiTV, bringe größtenteils Minecraft, aber auch andere Spiele. Ich heiße im Real Life Fabi, bin 16 Jahre alt. Und abonniere mich doch, wenn du Bock hast oder schau einfach mal bei meinen Videos vorbei. Genau, was biete ich auf meinem Kanal an? Minecraft Gameplay Giveaways, Best-ofs, Intro, Texturen-Packs und anderes Zeug. Dann hat er ebenfalls noch Meilensteine. Ich glaube, das hatte der letzte Kanal auch. Also Meilensteine. Bislang hat er die 50 Abonnenten erreicht und die 1.000 Video-Aufrufe. Äh, ja. Oh, er hat sich schon markiert bis 3.000 Abonnenten. Denn vielleicht, könnte ja sein, dass er da auch irgendwann hinkommt. Wer sagt denn, dass das unmöglich ist, ne? Einen Twitch-Account hat er ebenfalls noch. Google Plus hat eh jeder. Ja, wir schauen zu den Videos. Und da seht ihr schon, er hält, was er verspricht, sag ich mal. Oder es kommen die Videos, die in seiner Beschreibung, die er beschrieben hat. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Also wieder ein reiner Minecraft-Kanal. Zu Minecraft braucht man eigentlich nicht mehr viel sagen. Das Spiel kennt eh fast jeder. Würde ich mal sagen. Also, er bringt unter anderem Quick Survival Games. Ja, fällt mir jetzt so auf. Die letzten, ein paar PvP-Folgen waren immer, äh, QSG. Dann mal, dann normal Survival Games. Hat er auch noch mal einen anderen Spielmodus gemacht. Weiß ich gar nicht. Survival Games. Quick Survival Games. Bad Wars. Also scheint so Quick Survival Games oder Survival Games, scheint seine Lieblingsspiel-Modi zu sein. Ja. Dann das ein oder andere Special. Hier hat er mal ein 50 Abonnenten-Special gemacht. Ne, vor einem Tag sogar. Also, herzlichen Glückwunsch auch nachträglich zu deinem 50 Abonnenten. Hast ja schon ein paar Meilensteine gesetzt. Vielleicht wirst du sie ja erreichen. Vielleicht auch nicht. Das kommt immer darauf an, wie du bei den Zuschauern ankommst. Naja. Also, wenn euch der Kanal FabiTV gefällt, ja, wenn ihr Minecraft-Freaks seid, wenn ihr auf Minecraft steht, schaut auf seinem Kanal vorbei. Der ist unten verlinkt in der Videobeschreibung. Und wenn ihr mal vorgestellt werden wollt, was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst zuerst mal auf eurem Kanal 10 Videos haben. Das ist die Mindestvoraussetzung oder, sag ich mal, die Mindestanforderung dafür, dass ihr hier dran teilnehmen könnt. Und ihr müsst dann, wie gesagt, eine YouTube-Privatnachricht an mich schreiben. Ja, bitte nicht per Skype oder euch unter den Videokommentaren bewerben. Weil, daran merke ich nämlich, dass viele Zuschauer immer noch nicht das Video bis zum Schluss schauen. Also, bei vielen denke ich mir dann auch, naja, die gucken die Videos nicht bis zum Schluss an. Die gehen von Kanal zu Kanal, gucken, dass die vielleicht Kanalvorstellungen machen, schreiben dann irgendeinen Kommentar drunter. Dann hoffen sie, dass sie vorgestellt werden. So habe ich bei vielen das Gefühl. Das kommt auch nicht gut an, sag ich mal, wenn man das so macht. Also, ne, soll jetzt keine Kritik sein, soll nur mal so ein kleiner Denkzettel sein. Also, ich habe euch jetzt einen Denkzettel gesetzt, denkt mal drüber nach. Vielleicht ist das ja nicht so ganz das Wahre, was manche Leute machen. Naja, also, wie gesagt, Kanal ist unten verlinkt und wie ihr euch bewerben könnt, habe ich jetzt gerade gesagt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zur nächsten Vorstellung. Ciao.